es ist ein eigenes Lärmhaus explodiert weil viele Monster man ich glaube ich hab dich gerade auch zu sehen geschlagen werden E.P. weil er gesetzt jetzt ist wieder geliebt jetzt ist gemütet es ist ich weiß nicht ob es wieder war hast du TNT in sein Haus gemacht Lärm? nein hab ich nicht stimmt wir hatten ja gar nichts mehr aber wir haben wieder genug für zwei naja Lärm ich glaube wir müssen jetzt erstmal hier Wache schieben echt warum? ich glaube Ligas kommt gleich komm der hat doch gar keine Chance hier muss können ganz ehrlich Lärm nicht zündet ihr Haus an was hat der Lärm gemacht wir hatten kein TNT mehr Elia da waren Creepern dein Haus komplett kaputt ja dann was kann wieder für ein komm her 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 Elias der Leon hatte gar kein TNT mehr wir hatten keinen Gunpowder mehr für TNT da sind endlich Creeper in deinem Haus einmal du musst mal Fackeln hin tun ja die sind waren auch da bevor TNT sie weg gesprengt wird so ja ich kann dir ich kann dir Fackeln sponsern die kann ich nicht weil es einem gesprengt ist komm her komm her Elias ne komm und boom jetzt hast du jetzt hast du das wirklich nein das war ein Creeper der hinter dir stand das sind nur her gelockt ja genau weil der dann noch auf dich fokussiert ist ach kommt Leute Elias learn to play die ich hoffe dass die Sicherheitsupdates ne hab ich nicht boah alter ja komm zählt unser Haus an wenn du dich traust mach dich kein schüttel ach kommt Leute steht mal ein Mann weil wir sind damit heißt es geht damit ein bisschen mehr holen was hat sich alle für Probleme ja manche Leute können jetzt bitte einfach erst mal Frieden machen weil ich bin ja wieder ich will es sich jetzt bitte einfach mal ein bisschen noch länger wie die Verschleißen er lernt das ist einfach ja gut dann können wir einfach Frieden schließen und klar machen dass er keine Chance gibt ja es ist ganz ausgestattet Elias ich hätte beim aufbauen Elias was brauchst du Elias brauchst du was ja alles was denn? Holz? 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 ich bring mal der Terminzeug wiederholen so dann nehme ich noch Glas mit warte Scheiben oder normal Glas? Nur alle du bist jetzt alles mit ja weil ich ihn jetzt beim aufbauen hätten weil es was mit kommt ja für was denn damit die Season noch nicht vorbei ist man wir wollen doch jetzt nicht schon wieder Schluss machen hier damit die Season wieder nicht vorbei ist ach Gott ja irgendwie nervst du langsam echt oi Alter wie viel Zeug wir auch haben gell ja und meine fünf Diamanten möchte ich vielleicht auch wieder haben wie viel Leon wir hatten wir hatten wir haben 16 Diamanten von Anfang der Folge an wir haben keine Diamanten von dir Claude Gabriel oder Leon? Wer hat sie dann geklaut? wo? wo? klar ich glaub die Diamanten klar es wird vollste was es gibt glaube ich natürlich ja wir haben 16 Diamanten und nicht mehr ja aber wo sind die Dein? vielleicht in den Kisten? mhm mhm ja also in meinen ganz sicherlich nicht ach komm jetzt mach doch mal schneller was auch egal jetzt nimmt einfach alles was ich hab dann komm zu dir ich fühle jetzt dass dein Haus widersteht weil ich will jetzt endlich in die Höhle gehen mit euch allen ich kann auch gleich mitkommen kommt ich weiß gerade noch schneller als das Haus wer machte bitte noch ein paar mehr Bücherregale ja gut letzter Frosch frisch frisch frische? äh 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 ich bin ich da kommt das gar nicht zu tun also gar nicht wo man diese sind hier eigentlich keine Treppen in Elias oh ach so was mit Leeren beschäftigt was geil ich gebe ein Schlag auf Elias ja und er stirbt sofort ja nie weil vor Tee und so war also Krieg und so Leeren was der Fakt also wie viel Krieger soll es bitte gewesen sein Mann ja Achaniel es war nicht das ja die Mann natürlich alle hier natürlich und ja da liegt da liegt da liegt wir müssen jetzt hin er kann er gut da liegt da liegt das für dich ja 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 ich muss ich muss die Echte den Leeren sich echt hier verantworten tun übernehmen weil der Leeren ist bei mir ein Mitbewohner ja ich habe es nicht mehr kaputt gemacht ich habe das andere was ich kaputt gemacht habe habe ich wieder aufgebaut ja aber das Glas hast du nicht aufgebaut ich neuer T das ist fast am Arsch meiner auch Leute Margaret Naja, ich bin dann mal wieder weg, Idiot, ne? Wir können ja dann treffen für Mine und so. Hülle, meine ich. Jetzt, weil sich wie immer unsere Kisten gekommen seid. Ja, das ist ein Maulwurf, Gabriel. Und eigentlich würde ich auch gerne mal die Diamanten wieder. Ich habe keine Diamanten von dir. Du bist doch gestorben, Mann. Checkst doch. Stimmt, du bist doch gestorben. Stimmt, du bist doch gestorben. Ja, aber die Diamanten hat da alles eingesammelt. Stimmt, du bist doch alles eingesammelt. Ja, nee, die Diamanten hat es nicht, weil die Irgendwie vorher schon mal da. Ja, genau. Ja, die Diamanten. Ich habe ja auch die Diamanten. Nein, das ist immer alles, alles ist, alles ist, alles. Der kann es gerne schauen. Ja, gut. Ich suche jetzt alle Kisten, ja, wie viele Regale hast, hast du neue Bücherregale gemacht, Leon? Äh, noch nicht, nee. Willi, jetzt muss ich durchsuchen, alle Lachen. Ach komm, Leon, das ist echt behindertes Ding. Das Zeug bleibt immer da auf dem Zuckerrollen liegen. Stimmt gar nicht. Nö. Gedunden, der April. Hm? Gedunden. Denn in den Tag habe ich es auch nicht. Wo, wo ist dein Lager? Unten, hat er doch gerade gesagt. Da muss man so weit laufen. Nein, gab es nicht da und nicht da, die Wien runter. Hier gab es die ganz oben. Das ist so schlau, gab es jetzt alles runtergelaufen. Aber ich suche, aber ich so mit Optifender. Ja, eigentlich schon ist es nicht mehr so lang. Läufer um es hier holz. Ja. Ach so, hier. Das Maps soll ich sich mal schneller gehen? Ach komm, warum geht das immer noch füchstens neun Mann, was soll ich behindert? Was denn? Ja, das ist dir schwer. Ich will es nicht. Ah, da war gerade zehn Mann. Ich hab's verkackt. Elias kriegst du eine Boots? Nein. Ich geb dir das mal ein, okay? Leute, jetzt hab ich ein Diamantenschwer auf Schärfe 11 mit 11, mit Schärfe 1, mit 11 Leveln. So, jetzt. Elias, du brauchst nur das da draußen wieder ab, man. Das muss da wachsen. Wo bist du jetzt eigentlich wieder Leon? Ich? Ja, du. Bin ausgezogen. Bin ausgezogen. Nein, ich versuche in die Tschechische Tückkei zu wandern. In die Tschechische Tückkei. Ja okay, wer kommt jetzt mal zur Hölle? Wir treffen uns bei Elias. Ich bin ein Haus wieder heilen. Ich mach noch mal grad neu. Meine Rüste noch. Bei uns bei einem Monster. Also jetzt, ich bin bei Elias gleich. Yay, die hat sein Haus steht wieder. Yay.